Hallo Freunde, Willkommen zu Let's Play The Last of Us zum 41. Part. Ja, im letzten Part sind wir hier mit dem Joel stehen geblieben und die Ellie hat sich ja auch in diesen David da angelegt. Und ja, dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir jetzt hier weiterkommen. So, und am besten machen wir das jetzt auch mal geschickter hier, nicht, dass wir wieder von diesem ganzen Typisch hier angegriffen werden. So, dann gehen wir mal hier durch, würde ich sagen. Bevor es hier noch irgendwie Ärger gibt oder irgendwas. Hm, komisch, dass hier auch keine Typen sind. Hm. Hm. Oh, ho, ho. Der hätte mir schon mal das erste Opfer. Wo ist die Kleine? Hm. So, komm nur her, du Dreck-Sau So, da hätten wir schon mal die Nummer 1 erledigt So, jetzt müsste auch schon theoretisch der Nächste kommen Oder komm, nehmen wir besser wieder die Eisenstange Oha, da ist ja auch noch ein Typ Yo Alter Yo, Alter So, Pisser, hier Kann ich meine Stange essen Yo, Alter Ist das eine... Alter Willst du mich jetzt verarschen? Wow Nix wie weg hier Alter Alter Ey Wie unlogisch Zerpiss ich mich So, jetzt kommt auch schon der Nächste wieder hier angesprintet Ha, 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 ha Wie dumm Jetzt müssen wir noch eine Stunde warten, bis er kommt Wenn sie überhaupt noch hier kommen Wenn sie überhaupt noch hier kommen Werde ich aber nicht Obwohl ich habe ja bis jetzt noch eine große Klappe, also Es kann sich ja noch alles ändern hier Oh Scheiße Naja du Scheiße Wie komme ich jetzt... Ah Ich habe eine Steuerung verlernt Ach, Menno Und wir können auch keinen Medipack oder sonst irgendwas herstellen Ist auch nicht toll Hm Hm das ist dann noch so ein typ wieder ganz oben aber wir stehen jetzt kriegen soll das ist jetzt auch bisschen kompliziert aber irgendwie kriegen wir den schon ich bin jetzt nur überlegen wie wir das jetzt machen vor allem wo ist der okay 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 oh oh okay 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 Ja, verballer doch deine Munition, Alter. Na, super. Ich bin jetzt hier fast wieder am Abkratzen und hab kein Bleiben, was ich jetzt machen soll. Das ist leider Gottes immer so. Alter, schlag ihn doch mit der Axt! Yo. Das war jetzt auch mal ein riskantes Manöver hier. Yo, Leute, das war knapp. Das war extrem knapp. Junge, junge, junge. Oh, Gott. Da kommt noch einer gestrindet Na super Ob wir den jetzt kriegen, Leute? Oh, sind sogar drei Stück Das könnte jetzt bremsig werden Ich bin ja auch gerade am Zittern Ja, kommt euch nur her Oh, verdammt, verdammter Der Dump knapp war das Hm Da ist gerade noch einer, habe ich festgestellt Jetzt muss ich die alle einzeln hier töten Ich bin ja Wo ist der Typ? Das ist doch voll die Verarschung hier. Wo ist der Typ? Das war super. So, du bist jetzt auch geschmiert. Du bist jetzt auch ein ledigter Typ. So. Jetzt gehen wir mal in diesen schönen Raum rein. Was haben wir denn da Schönes? Das ist doch Allys Rucksack. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist das? Was macht Allys Zeug hier? Ja. Uh. Was ist denn das? Aha. 224 Gramm. 559 Gramm. 2132 Gramm. 2132 Gramm. Ja. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht in diesem Raum. So. Wenn ich jetzt noch die Tür finden würde. Ah. Ah. Oh Gott. Ah. Alter Leute. Ekelhaft. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Nein. Oh. Oh. Scheiße. Allys. Oh. Oh. Na jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal bei der Allys angekommen. Oh. 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 Ich wusste, du hast Herzen. Es ist okay aufzugeben. Es ist keine Schande. Okay, dann los, komm Ellie. Mach diesen Pisser fertig. Du schaffst es. Oh. Du kannst doch betteln. Leck mich! So kannst du nicht? Ja, dann lass dir gesackt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich bin. Leb wohl, Alter. Ja. Ellie! Hör auf! Hör auf! Ich fass mich nicht an! Es ist okay, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hier, hier. Ich bin's. Er wollte mich... Okay, klar. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. So was ist schon bitter meine Freunde, also so was ist einfach nur krank und ja, so Menschen gibt es leider. Frühling. Und ja Freunde, jetzt wo es dann wieder wärmer ist, würde ich dann sagen, beenden wir mal wieder den Part und ja, dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss Freunde.